So, und jetzt erzähl mal. Was soll ich erzählen? Naja, der Adon hat ja doch jetzt zwei Kinder. Zwei Kinder? Naja, den Ismael und Isaak. Stimmt. Jetzt wo du sagst, ja, zwei Kinder. Und das hat er gemacht, Gott hat auch gesagt, ein Kind soll einfach mal bekommen. Hm, ja. Ja, ja, da war was. Genau, jetzt fällt es mir ein. Ja, das war eine ganz komische Geschichte. Wie ganz komisch, war das total lustig? Nee, komisch im Sinne von seltsam. Ach so, ich kenne komisch nur, wenn es etwas lustig ist. Hm, nee, es gibt, für komisch gibt es noch eine zweite Bedeutung, und das ist, wenn etwas ganz, ganz seltsam ist. Okay, und das war doch so seltsam, erzähl mal. Gut, soll ich wirklich? Das ist keine schöne Geschichte. Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht so. Wie, wie kann eine Geschichte schön und nicht schön sein? Hm, willst du das wirklich wissen? Ja. Hm, dann sollte ich dir vielleicht mal erzählen. Also, mh, Abraham hatte ja jetzt zwei Kinder. Den Ismail. Okay. Der, das war der Sohn von der Hagar. Richtig, hast dich gut erinnert. Und, äh, noch ein Sohn, der hieß Isaak. Mhm. Und Isaak, das war der, den Gott ihm versprochen hat. Mhm, genau. Isaak war eigentlich der, den Gott dem Abraham versprochen hat. Und was passierte dann? Das, das kann ja nicht sein, dass Abraham auf einmal zwei Kinder hat. Hm. Ja, aber so war es halt. Hi, ja, was, 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 was war dann dann? Erzähl weiter. Hm, na gut. Also, äh, da hatte, also Sarah den kleinen Isaak so auf den Arm genommen. So wie ich dich. Wie, so wie du mich? Naja, so ähnlich, ne? In beiden Armen hat sie ihn getragen, wie man kleine Kinder trägt. Mhm. Und dann sah sie den Ismael so irgendwo da rumlaufend im ganzen Lager. Und dann, naja, hat sie gesehen, der war frech, der hat gemacht, was er wollte. Der war ja schon ein paar Jahre älter als Isaak. Wie alt war der denn? Ähm, ich glaube neun oder zehn. Nun, der Isaak war gerade neu geboren. Okay, dann hat er also schon ganz viele lustige Streicher gemacht. Hm, bestimmt. Und die Sarah, als sie das gesehen hat, da hat sie gesagt, Hm, das kann nicht sein. Das ist nicht gut. Wie, was ist nicht gut? Hm, dann ist sie zu Abraham gegangen. Ja, aber das ist nicht gut. Hm, pass auf, pass auf, das kommt ja gleich. Alter, ich bin schon gestohnt. Hm, dann hat Sarah gesagt, Du, Abraham! Du klingst sehr komisch. Naja, ich versuche so nachzumachen, wie Sarah redet. Nee, lass das lieber. Wirklich? Ja, das klingt total seltsam. Okay. Also, dann ist die Sarah zu Abraham gegangen und hat gesagt, Abraham, liebster Abraham, wir haben ein Problem. Was ist ein Problem? Na, warte ab, das erzähle ich doch jetzt. Liebster Abraham, wir haben ein Problem. Du hast ja zwei Kinder und ich möchte nicht, dass Ismail zusammen mit dem Isaac was erben soll. Wie erben? Naja, die beiden waren ja schon alt. Irgendwann würden sie ja sterben, das wusste Sarah. Aha, und dann, was heißt er dann, Erben? Ne, das heißt, wenn die beiden dann gestorben sind, dann bekommt eins der Kinder das Ganze, was sie sich angesammelt haben, das ganze Geld, die ganzen Zelte, alle Schafe. Ah, und dann hätte er das Abraham teilen müssen. Mhm, dann hätte er das Abraham aufteilen müssen. Und da Ismail, wo der Älteste war, hätte er wohl das Meiste bekommen. Und Sarah dachte sich, nicht gut, das möchte ich nicht. Ja, das ist seltsam. Und Sarah hat zu Abraham gesagt, komm, Abraham, schick die Haga mit dem Ismail weg. Die sollen weg hier. Wie weg? Na ja, weg. Das ist nicht gut, das war ja schon mal. Ja, das war schon mal, aber da ist die Haga selber weggelaufen. Und was ist dann passiert? Ja, dann hat Abraham nachgedacht. Und er wollte sie nicht wegschicken, das ist ja nicht gut, Leute einfach wegzuschicken. Die waren ja unterwegs und da war auch viel Wüste, wo sie waren. Nee, das ist ja nicht gut. In der Wüste, da draus noch viel Wasser und Schatten und... Richtig, das ist nicht gut, vor allem in der Wüste. Und ja, was hat Abraham dann überlegt? Na ja, er war mir überlegt. Und Gott kam ihm in den Traum und sagte ihm, Abraham, das ist schon in Ordnung, was Azar da gesagt hat. Schick die beiden weg. Aber keine Sorge, ich kümmere mich um den Ismail, denn auch er ist dein Sohn und ich werde auch aus ihm ein großes Volk machen. Wie, ein großes Volk, was heißt denn das? Naja, Gott meinte, der Ismail wird Kinder bekommen und die Kinder werden wieder Kinder bekommen und deren Kinder wieder Kinder. Und dann werden ganz viele. Dann werden so viele sein, dass aus all diesen Leuten ein großes Volk rauskommt. Okay, und dann? Ja, dann hat Abraham gesagt, na gut, dann schicken wir sie jetzt weg. Und dann ist sie in die Wüste gegangen. Aber in der Wüste ist doch nicht so gut. Nee, in der Wüste ist nicht so gut. Sind sie dann verhungert und verdurstet? Mhm, wir waren kurz davor. Die Hagar hatte ihren Sohn da hingelegt, aber die Wasserflaschen waren schon leer. Und sie hatte Angst. Oh, wir werden verdursten. Nee, nicht gut. Mhm, nicht gut. Deswegen, sie hat ihren Sohn in den Schatten gelegt und sich dann ein paar Meter weiter weggesetzt. Wieso denn das? Na, wir lesen in der Bibel. Und sie wollte ihren Sohn nicht sterben sehen. Oh nein, war das so schlimm? Mhm, so schlimm. Kein Wasser mehr, mitten in der Wüste, nichts zu essen. Oh, und dann? Naja, und dann kommt der Engel des Herrn und fragt sie, Hagar, was ist denn los mit dir? Wieso weinst du? Und dann hat sie ihm alles erzählt. Dann hat sie ihm alles erzählt. Dass Abraham sie weggeschickt hat. Dass Abraham sie weggeschickt hat. Und dass sie in der Wüste waren. Dass sie in der Wüste waren. Und dass sie jetzt am Verdursten sind. Dass sie jetzt am Verdursten sind. Und weißt du was? Was denn? Der Engel des Herrn. Der kommt ja mit dem Auftrag von Gott. Aha. Und der hat aber eine gute Nachricht für sie. Er sagte sich. Sagte ihr, Hagar, mach dir keine Sorgen. Wie, keine Sorgen? Die sind doch jetzt am Verdursten. Ja, aber der Engel sagte, mach dir keine Sorgen. Der Gott Abrahams, der sieht euch. Und der kümmert sich um euch. Hier ist eine Quelle mit Wasser. Da könnt ihr daraus trinken. Und keine Sorge. Gott kümmert sich um euch. Aha. Was haben sie dann gemacht? Na ja, dann ist er zur Quelle gegangen. Hat die Wasserflasche aufgefüllt. Hat ihrem Sohn Ismail was zu trinken gegeben. Und dann lesen wir. Der Ismail, der hat in der Wüste gelebt. Und er wurde ein super guter Bogenschütze. Hier Bogenschütze. Na ja. Er konnte mit fallenem Bogen. Zack. So wirklich gut Tiere jagen. Der war echt guter, echt guter Jäger mit dem Bogen. Aha. Und Gott hat sich also so um sie gekümmert. Mhm. Gott hat sich um die gekümmert. Und den beiden ging es gut. Und dieser Gott, ja, von Abraham und von Sarah. Sarah, der hat sich auch um Ismail und um Hagar gekümmert. Das heißt, Gott kümmert sich nicht nur um die, die an ihn glauben, sondern auch um die, um die, die nicht an ihn glauben. Richtig erkannt. Und Gott kümmert sich auch um die, die nicht an ihn glauben. Und dafür können wir Gott sehr dankbar sein. Ja. Auf jeden Fall. Kinder, merkt euch das. Gott kümmert sich um die Gläubigen und auch um die Ungläubigen. Die, die nicht an Gott glauben. Oh, dann, jetzt, jetzt, da hält mir was ein. Was denn? Weißt du, wenn die Sonne scheint, dann, dann scheint sie über die, die an Gott glauben und über die, die nicht an Gott glauben. Genau. Gott kümmert sich heute auch sehr gut um uns. Wenn es dir in die Sonne scheint, scheint sie auf die, die an Gott glauben und auch auf die, die nicht an Gott glauben. Oh, unser Gott kümmert sich ja wirklich um jeden. Unser Gott kümmert sich um jeden. Das ist ja toll. Und dafür können wir Gott sehr dankbar sein. Er kümmert sich um jeden, aber ganz besonders auch um die, die an ihn glauben und die auf ihn vertrauen. Oh, das, das möchte ich mir auf jeden Fall merken. Das sollte sich jeder merken. Gott kümmert sich um alle, um dich, um mich und auch um die, die nicht an ihn glauben. Oh, super. Na gut, dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Was jetzt? Die kann doch aus. Ach, die läuft noch. Buh. 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 Buh.